Moin moin was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 5 Uhr 8. UK Resident Evil weiter Spielen. Läuft. Ja, Stani. Okay, Moinchen, was erzählst du denn, was jetzt schön ist? Bei deinem Gesammel verstehe ich nichts. Nö, ist er beim Mumpeten leise. Muss ja dich verstehen, Hase. Hm, schnucki. Da hab ich dann keinen PC. Ah, da sind bestimmt auch die High-End Rechner ohne Kabel hinten dran. Ah, das sind ja, das sind sie. Oha. Ach ja, das ist doch der Meister. Guck mal, da läuft einer durch die Straße. Der will auch ins Licht laufen. Ja, der wird so umgenagelt. Scheiß doch drauf. Ich hab kurz gehoppelt. Klar, einen so ein Krass mit dem Bus zum Stolpern. Ja. Ja, es regnet. Ja, man fährt ja auch nicht über 80 mit dem Bus. Man, die Fresse. Wir machen mal hier was. Ja, keine Ahnung. Die gucken alle so doof. Da liegst du. Oh, danke. So, eine Fulscher. Oh, die wird schon... Wer, 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 wer bin ich denn da jetzt? Klar, auch nicht. Weg von mir. Oh, mach was. Oh, schief, schief. Oh, ich muss nachlassen. Fuck off, verdrückt. Scheiße. Wir kippen mal auf. Ja, dass wir kippen, weiß ich. Festhalten. Äh, hoch, äh, rückwärts, äh, vorwärts. Mach was. Oh, Pilot. Fuck off. Ja, meine... meine... Mann, die Dänen nicht nach! Was ist das? Wenn wir jetzt schon wieder tot sind, ich sag's dir. Nein. Ladevergang. Heißt meistens, dass wir's geschafft haben. Ja, sagst du. So, hast du diesmal die Aufnahme, die, die Zeit gestartet? Ja, schon was für Zeit. Ach so. Ja, ja, geht's lang. Ja, ja, nicht da. Da kommt noch einer. Ja, ich bin ja auch in der Natur. Homo. Kann ich das nicht? Ja, das muss ich irgendwas bestimmt wieder tun. Kann ich, kann nicht starten. Kannst nicht starten. Nee, kann ich nicht, aber 58, also 8 Uhr. Ja, gut, äußler. Dann ist sogar auf Aufnahme, 5 vor 8. Also, was willst du? Ja. Jaaa. Auf uns zu meckern. Boom. Boom. Glaubst du, er fährt noch? Oh, kleine Reparaturen. Ja, kleine Reparaturen. Vielleicht ein Luftfilter austauschen. Hey, siehste, im Hintergrund steht einer. Echt? Wo? Irgendwo da unten stand einer. Ich sehe den Wald vor der Bäume nicht. Ein bisschen weiter aus der Kathedrale. Kathedrale. Kathedrale? Von Notre Dame wahrscheinlich. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, der Vorgang. Toll, der hat mal diese Black Screen. Hey, Alter. Musst du nur mal kurz rein. Musst du nur mal kurz rein. Ich bin noch meine Gegner. Eine Volkreihe gegen den Arm. Ah, meines Kindes. Partner. Ah, Mann, ey. Das geht mir zu schnell. Kann ich nicht legen. Kann ich auch mal nachladen? Irgendwie sind wir jetzt ohne Munition rum, ne? Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch. Cool. Doppeltelefon. Hat doch was. Drei Schoß? Yeah. Die Party. Boah, Alter, nicht eine Waffe ist hier vollgeladen. Das gibt's doch nicht. Hey, guck mal. Hier ist ganz kopflos. Hm. Wer ist kopflos? Na hier oben. Hey. Hier, noch ein paar Neppel. Guck mal, hier läuft so ein ... Oh, der sieht ja nicht. Oh. Ah, was ist er denn für eine? Da muss man was essen, der Arme. Ja, ganz absurd. Oh, Schropp-Munition. Na geh mal rein. Super. Oh. Gleich mal versprügeln. Hier kommt's raus? Weiß ich nicht, ein Fisch. Warte mal. Eine Schaufel. Guck mal, der kommt. Komm, die wollen die schon zubuddeln. Ah. 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 Jetzt hab ich den Weg verloren. Ah, hier. Bruder. Ja, hier. Hä, du läufst hier zurück. Verarschen? Ne, doch nicht. Das heißt doch. Nee, nee. Das ist klar bei dir. Ich bin, komm mal nicht. Entschuld. Das ist so wackelt. Tell Ochs, was weiß ich. Hm. Hey, komm. Komm, wer was geht. Ah, das ist Teamwork. Oh. Das war' los. Das ist so. Ich glaub da eigentlich nichts. Hey, da ist noch einer. Da steht. Wom kommt der von hinten. Das ist das Spiel. Ja, mach mal. Komm schon mal auf. Ne, hier ist ein Haus. Ich geh mal rein. Blöder Vogel, erschreckt er mich? Äh, anklopfen? Hat noch keinen Bock. Anklopfen? Hat noch keinen Bock, sagt er. Ja. So, ist hier irgendwas? Hey, Kollege. Hier ist ein Kronade. Hier ist eine Tür. Lass mal den Arm drücken, gräber in Ruhe. Er will auch gut schlafen. Hey, Tür. Hey, Linda. Ach, da ist eine Tür. Habt ihr gar nicht gesehen. Mach auf. Mach auf. Oh, fuck off. Du scheiß Köter. Meine Güte. Komm, ihr mal jetzt raus, hier. So ist hier dann wenigstens was Interessantes drin. Hey. Weißt du, wie das hier aussieht, als wie so so eine Heroin-Junkie, das weiß ich, die machen das auch auf, gerne auf Klo. Schau dir den mal an. Das ist bei Charlie zu Hause. Das ist wirklich voll abgeschossen, der Junge. Das soll ich, dass der noch einen Meter hier macht. So möchte ich auch mal sterben. Ja, wie bei Charlie zu Hause. Ja, hat Ähnlichkeit, eine gewisse Ähnlichkeit. Hat er wenigstens gespült? Ey, warte mal was. Cool, eine Butte. Oh, die geht nicht kaputt. Geht so aus dem Weg. Da, wofür? Nein. Ah, das ist so ein geiler Wunder. Ich habe auch einen Hund, Skippy. Nee, der hat einen Schlüssel. Ah, der hat einen Schlüssel. Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, wir müssen zum Friedhof. Gibt ihm gleich so einen Kick. Wo ist denn der jetzt? Ja, sie ist doch, die Kugel hat einen Pfeil auf der Karte. Oh, ja gut. Ich nehme die Pistole. Oh, da kommen wir mal. Ah, da sind überall Hunde. Bin ich mehr. Ich rube den jetzt. Äh, warum muss ich den dreimalen abstampfen? Abstampfen? Was? Muss ich die Kräte abschießen, oder in dem Fall? Sieht so nett aus, ob sie knurren wird nicht. Hab ihn. Oh, ich werde verfolgt. Oh, was machen wir mit dem? Wetter, warte mal. Doch, noch nicht mal was. Wissen du? Warte mal, ich muss nur. Warte mal, ich muss nur kurz laufen. Das ist Action, Ida. Na, was? Hä, der frisst 2? Ja, das war schon, weil du unterschiedst. Hey, der dropped. Du, 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 du. Zielen wie ein Gott. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht getroffen. Sorry, war schneller. Ah, das hört sich nicht gut an. Oh, das sieht schon wieder... Oh, warum müssen wir die Tür uns zu zweit aufhören? Ja, alleine geht's nicht. Ja, das ist doch. Ja, viel Spaß. Alleine dieser Hecht-Sprung. Zumindest ist nichts gebrochen. Ja, und alles okay? Ja, aber kaum, dass sie wegen mir... Du scheiß Kröter hast du... Weiß... Ja, ich, 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 ich springe noch nicht hinterher, ich gehe andersrum. Keine Ahnung, ich war gerade ein bisschen abwesend. Ja, ich habe eins gebrochen. Hey, jetzt sind die guarnische Schaufel-Affel. Ja, ja, mach mal. Oh, ich bin vom Messer abgestochen. Fick dich. Wollte, dass sie bei dir ne Schaufel haben. Wir haben sie ein Messer. Die haben sie ein Messer, wir haben sie ein Schaufel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, ich könnte die auch. Ah, ich habe so einen ekligen Schreier bei mir. Ich auch. Hilfe. Ein Hoch auf. Ich habe sogar zwei, wenn du es wissen willst. wo die Flügel ohne Kopf springt er mich an da bin ich überhaupt richtig weiß ich muss du mir irgendwie raushelfen ich bin falsch das erklärt auch wenn du mich falsch nein jetzt werde ich ab nein alter wie viel Lehm frisst das Stück Scheiße hier ich brauche meine Tabletten mit Mundgeruch ich schaue noch so ein Schrei ich glaube einfach vorbei ich hab's eingekillt oh ne und so ein komisches Pickel-Gesicht Hilfe oh ey die haben so ein Mundgeruch ja aber volles Fund warte mal geh mal hinter dir hinter dir ja ich weiß ich weiß und vor dir ja warte mal ich kann hier so ein so pass auf, pass auf, pass auf, pass auf das ist eine Bande, das ist eine Bande das kann nicht weg ich kann nicht weg, ist sehr gut jetzt ne der muss erstmal sich bewegen bewegt sich nicht das hast du früher machen sollen der hat mich halt angesprochen ich weiß hab ich gesehen er lebt noch warte mal ich muss mal irgendwie hier ja hol da bist du an denen vorbeigerannt oder was bin da ein paar mehr vorbeigerannt wenn du das wissen willst bin eigentlich nur gerannt du bist zu groß hat das Angst was? das war Angst voll überfordert sagen wir es so ja gehen wir mal hier lang wo bist du noch? keine Ahnung vom Weg zur Tür ach so ich hab keine Schrofflecken ich hab keine Schrofflecken mit der Tür mehr na komm an hier gehst du jetzt mal an die Tür? hier drüben guck sie da kommt welche da kommt welche da kommt welche da ist das nicht früher sein können ah die Tür ist in Gott sei Dank ah da ist ne Kästler da ist ne Kästler ja super kannst du aufhören noch einen ja warum musst du noch alles weglauen öhlich ja mach mal auf da den Shop hallo ja wär schön ich weiß dass jemand da ist aufmachen sind sie irre die Dinger bringen uns um ach ne wir sinds doch nur ach schlipp uns ach schlipp uns öh kopf los ok 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 wir erledigen sie zuerst so das hast du kein Ding mehr äh kein Pferd zu machen was soll ich mal? ja mach mal irgendwas da wird schon wieder verf... äh der springt mich an Homo ich hab gesehen äh was hat der denn für ne Fackel Arschgesicht oh von da kommt auch einer ich hab ne Blanchgranate ich hab ne Blanchgranate soll es ein Witz sein? Achtung wir kriegen Gesellschaft echt auch noch? Gesellschaft erst mal erst mal alles einsammeln erst mal erst mal alles einsammeln ey hier ist noch ne Granate ich hab jetzt zwei Granaten kann ich dir sagen ich versuche jetzt erstmal hier wo sie Granaten schmeißen ok wohin werf ich die denn? oh guck mal der sieht doch nett aus uuuh oh von der Seite oh ne ne komm komm ähm welcher Seite denn? bist du? uuuh uuuh äh der steht wieder auf stopp! äh wer denn? ja der hässliche Halt ich helfe ihnen machen wir diese Bestien fertig äh er will mich doch freuen Alter hat er auch macht er kein oh jaaa was geht ich töte sie wenigstens ey das sind noch ein paar super Massenkrab sein uuuh das hab ich echt gar keine Munition mehr nur noch 10 Schrubflinden und 8 von der Hydroder äh da ist schon ein hessiger lass kommen lass kommen lass knacken Junge ich will da einen Mälder einschmeißen hey da rechts ist noch so einer na gut na gut jetzt kommt er nicht rein oh dankeschön wird auch Zeit ja mach da jetzt den Schuppen hier auf drück mal rauf da ja ich komm ja schon ich will auf Spiel für sie ja Leute wie ihr seht ganz brisant der Losiris kriegt man wieder nix hin ne sag grad der richtige wir springen dann noch die Zombies an den Hals das liegt schon an den mega tippen schießen kann sie doch mal siehst du? siehst du? ah das ist aiming bisschen blass die alte so nach der Aktion ey nicht mal das Klo treffen wenn die kacken gewusst aber sowas machen ja sind sie? sind sie? was sie nicht? ja hier so nehm an ja hier so nehm an ja hier so nehm an ne besuch von dem an ich warte mal vorbeischauen ist das hier ne katholische ne evangelische? ja ey woran sieht man das? ah vielleicht am Gott guck jetzt zeigt es ja ja guck ja da ist ein Geheimtor sieht man doch musst du alles verraten äh das hat sie doch grad gesagt nein die hat gesagt das ist das ist ein Gott ey da ist das Geheimtor hat sie gesagt das ist ein Gott ne das Geheimtor ja ein Gott ist es vielleicht auch oh was ist denn los kann ich ihnen helfen? kann ich ihnen helfen? brauchst du ihm essen? oh guck dir die Mann guck mal die dicken Knarren da in der Hand muss ich einkacken ach guck mal hier äh uns fällt schon was ein und die andere ist da oben ist wahrscheinlich wo sind wir denn hier unten? ey Aussi ne oh komm geh mir auf den Piss schneller 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 ja gut das machen wir noch auf ne wir machen es noch auf und dann ey cool ich hab die nichts passiert ja mach was was er fehlt uns hier die beiden heiligen Mütter weisen den Weg oh ist das jetzt hier noch ein Rätsel? ach ja klar hör mir auf such mal die heilige Mutter ey ich hab ein Dings gefunden ich auch ja aber ich kann das Ding schlechter abschießen hab's schon ja warte mal meinst du den Teller hast du den Teller schon gesehen? ja hab ich schon ich hab ihn rechte ich noch nicht aber ich brauch Munition dafür was hessen wir davon wenn du erstmal die komische Mutter suchst ah eigentlich für den Teller ja treff ich den mit der Schroflante? weiß ich nicht ja treff ich ja hier sind auch noch Türen nix los ne 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 so ist richtig und hier so ein bisschen geklaut oh eigentlich für der Pistol Munition ja bei Ligafahrt bei Ligafahrt ja wo muss ich denn hin? sie ist bei ihr ich hab Angst dass er sie nicht beschädigt so hier hast du eine Leiter kannst auch von da ran danke so mein Sohn Marco er ist mit der BSA ah ich hab sie sie werden sehen er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf ok ich glaub ich muss rüber warte ja komm alter rennt die zicke leise die kann nicht die alte ach komm V muss ich drüber ja V ja V synchron hm we why ja sollten die Technik halt doch mal ölen sorry mach ich demnächst es reicht's mit dem Spielchen gehen wir Spielchen äh oh du alte Zicke nur das äh ich will nicht rüber wie du da hin 2 Feuer Okay Äh 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 Du musst direkt von der Statue Nö Darfst du mal Du musst direkt von der Statue Ach so. Ach das doch. Hä, warum springt die dann auch nicht zur Seite, die alte? Keine Ahnung. Jetzt wird's lustig. In gleichem Scheiß nochmal, aber guck dir mal die Tür dann. Bist du am Schalter? Ziege. Kokos? Kokos. Nicht jetzt. Okay. Er ist. Okay. Dann machen wir mal Schluss. Jawohl. Jawohl, ja. Ich glaube, wir machen dann mal Schluss. Weil es ist gerade mal wieder die super Connection gewesen. Aber. Ja. Aber scheiß drauf. Mal ist nur ein Mal im Jahr. Dann würde ich sagen, machen wir hier Cut. Jungs, bis dem Nix. Und. Hauen sie rin, ne? Super Ende. Wir kriegen nicht den Anfang hin. Wir kriegen nicht das Ende hin. Super. Okay. Dann. Ciao. Ja. Ich glaube, wir müssen diein. Ich glaube, wir müssen das Thema. Mal.